Hallo und herzlich willkommen meine Ladies and Gentle Nerds. Heute soll es um den Gurtwickler von Schellenberg gehen. Viele von euch kennen das nämlich vielleicht, ihr wollt euren alten Gurt, also euren alten Rollladen einfach automatisieren, wollt aber hier oben vielleicht nicht irgendwas drin rumbasteln, das Ding aufmachen und 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 wollt vielleicht hier einfach nur über den ganzen, über den Gurt das automatisieren. Dafür gibt es einen sogenannten Gurtwickler hier von Schellenberg, übrigens sorry für die schlechten Lichtverhältnisse, wir sind hier im Schlafzimmer, ja da habe ich leider kein besseres Licht und meine Strahler, die sind leider fest verbaut unten im Studio. Aber genau, wie gesagt, da gibt es von Schellenberg hier den Rollladrive 65, ich habe jetzt hier die Premium Variante, ganz einfach deswegen, weil dann können wir das Ganze am Ende auch in unserer Smart Home einbinden. Dafür gibt es hier eine Smart Friends Box, damit funktioniert das Ganze out of the box über Schellenberg, über eine Handy App und so weiter, könnt ihr das dann ins Smart Home einbinden. Wir wollen aber in einem späteren Video natürlich auch noch schauen, dass wir das Ganze in unseren IO Broker hineinbekommen. Ob wir das über die Smart Friends Box machen oder über ein separates Gerät, das sehen wir dann. Da muss ich selber noch mal ein bisschen gucken, aber ich habe da schon eine Idee. Seid auf jeden Fall gespannt auf das Video, wird auf jeden Fall noch kommen. Aber jetzt geht es quasi erstmal darum, wie können wir das Ganze out of the box hier einfach einbauen und in Betrieb nehmen. Das Erste, was ich euch sagen muss, was wir dafür brauchen, erstens natürlich braucht ihr einmal einen Rollladrive 65 jetzt hier in dem Fall. Das ist hier für diese ganz normalen Unterputzdinger. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, den, den ich jetzt hier habe, damit ihr auf jeden Fall die richtigen Geräte dort habt. Hier steht auch noch schön drauf, Fläche 6 Quadratmeter, Zugkraft 45 Kilo, Wickelkapazität 6,2 Meter. Das passt hier drauf. Also von daher alles kein Thema. Und wie gesagt, ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einmal die Premium-Variante nehmen. Das ist die quasi, die dann auch später sich per Funk und Fernbedienung und Smart Home und sowas steuern lässt. Es gibt aber auch eine Version ohne Premium und die kostet ein bisschen weniger. Aber das kostet halt ein bisschen weniger. Und da habt ihr dann halt aber diese Funk-Variante nicht mit dabei. Also ich würde euch wirklich zu der Premium-Variante raten. Das ist nämlich zukunftssicherer. Genau, das braucht ihr einmal natürlich. Dann ist so ein Ding hier auf jeden Fall immer gut. So ein Gliedermaßstab. Dann habe ich mir jetzt hier noch so ein, ja von Jackly. Das ist mein Schraubenzieher-Set, wo ich immer so viele Bits zur Verfügung habe, wo ich dann alles so durchwechseln kann, wie ich das möchte. Verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Dann natürlich hier ein ganz normaler handelsüblicher Schraubenzieher. Eine Schere. Gut, die ist jetzt ein bisschen groß. Eine ganz normale Schere reicht auch. Und weil ich glaube, dass meine Schere ein bisschen zu groß ist, habe ich hier noch so einen kleinen Seitenschneider. Das ist nämlich um den Gurt so ein bisschen einzureißen. Die Bedienungsanleitung, ja, die könntet ihr auch vielleicht gebrauchen. Aber eigentlich sollte das Ganze hier durch das Video, denke ich mal, ganz gut erklärt werden. Hoffe ich zumindest. So, deswegen machen wir das Ganze hier einfach mal auf. Ihr seht, das ist auch noch komplett verpackt hier. So. Na komm, machen wir den Aufkleber einfach hier komplett ab. Hier so ein kleiner Aufkleber drauf. Den machen wir mal ab. Holen das Ganze mal hier raus. Übrigens, Unboxing zu dem Gerät habe ich auch schon separat aufgenommen. Und deswegen werde ich das jetzt hier nicht mehr ganz so ausführlich machen. Ich lege das hier einfach mal kurz aufs Bett. Also hier haben wir, wie gesagt, einmal noch die Bedienungsanleitung. Braucht ihr eigentlich nicht, wenn ihr das Video hier schaut. Dann haben wir hier noch so ein paar Sachen mit dabei im Paket. Ihr habt quasi einmal den Rollo-Drive an sich. Das ist der Gurtwickler, der dann später hier drin sitzen wird. Dann, na, ich schiebe das hier alles mal ein bisschen beiseite. Das haben wir einmal. Dann habt ihr hier noch so ein kleines Tütchen drin, wo eine Abdeckung drin ist. Zwei lange Schrauben, um den Gurtwickler festzuschrauben. Und drei kleine Schräubchen. Und noch eine kleinere Abdeckung, um hier später die Stromzufuhr abzudecken. Und dann habt ihr hier noch eine kleine Abdeckung, die später hier so drauf sitzen wird, damit ihr die untere Schraube hier nicht seht, damit das schöner aussieht. Und dann habt ihr natürlich noch so ein EU-Gerätekabel mit dabei. Machen wir das mal so auf die Seite. Das ist quasi einfach nur so ein Stecker, wo hier Phase und Null sozusagen, also zwei Kabel rauskommen, die ihr hier reinschrauben müsst. Das können wir jetzt auch vorbereiten, schon mal machen. Dafür komme ich einfach mal ein bisschen näher. So ist am besten. Also ihr seht ja hier diese zwei kleinen Schräubchen. Die müsst ihr quasi einmal hier mit dem Schraubenzieher so ein bisschen lösen. Einfach rein und ein bisschen rausdrehen. Das machen wir auf der anderen Seite auch einmal. Also wirklich beide einmal lösen. Einfach so ein bisschen rausdrehen. Und dann müsst ihr hier diese zwei Kabelchen einfach hier unten reinschieben. Eins da rein, eins da rein. Könnt ihr ruhig gleichzeitig machen. Das muss ich nur gucken. So, zack, einfach hier rein. Und dann schraubt ihr die einfach hier wieder fest. So, ne? Wirklich so lange festschrauben, bis ihr merkt, dass da ein Grip da ist. Das gibt dann so einen kleinen Widerstand. So, jetzt hier haben wir den Widerstand. Jetzt sind die andere auch noch festschrauben. So, das ist jetzt schon mal soweit fest. So, und jetzt könnt ihr hier das Kabel einfach, sorry, jetzt wird es unscharf. Das Kabel könnt ihr dann einfach hier lang führen. So, hier rüber. So lang. Und dann hier an der Seite könnt ihr das hier einfach so rein machen. Ne? Seht ihr das? Warte, ich zeige mal. Ich gucke mal, ob ich es noch ein bisschen besser zeigen kann. Ne? Also ihr seht, das geht quasi hier, ist so eine Führung. Das geht quasi, hier kommt das Kabel raus. Also hier haben wir es reingeschraubt eben. Dann geht das hier in die Führung rein. Und dann hier vorne, hier geht das dann so rein. Sodass das, ne? Am Ende dann so drin sitzt und dann hier nur noch das eine Kabel rauskommt. So, nachdem ihr das dann quasi da einmal festgemacht habt, dann könnt ihr hier noch, ähm, ich mache mal das Tütchen hier gerade auf. Ähm, dann könnt ihr hier noch, ähm, ich zeige euch das nochmal. Hier diese kleine Abdeckung, die gibt es dann hier noch. Die könnt ihr dann hier so drauf tun. Quasi einmal so rum. Zack. Und dann wird das hier festgemacht und dann hier mit drei Schräubchen festgeschraubt. Ne? Die machen wir dann quasi einfach hier rein und schrauben die dann fest. So, wenn ihr das dann einmal fest habt, äh, dann ist das hier schon mal der Teil soweit schon mal fertig. Und, äh, dann ist das nächste, was ihr machen müsst, ihr müsst den Rollladen runterlassen. Ich hoffe, dadurch wird es hier ein bisschen, äh, heller vom Bild her, dann wegen dem Gegenlicht. Äh, äh, Der Rollladen muss einmal ganz runter, ja. So, wenn ihr den Rollladen dann einmal ganz unten habt, dann müsst ihr hier einfach die Schraube oben und unten, die müsst ihr dann einmal entfernen. Das machen wir mal ganz kurz. Es empfiehlt sich übrigens, das hier so ein bisschen festzuhalten, während ihr die Schrauben, äh, entfernt. Also, zur Not könnt ihr da auch, äh, mit zwei Leuten arbeiten. Das macht es dann einfacher. So, und wenn ihr das dann quasi jetzt, äh, entfernt habt, dann könnt ihr das Ding einfach hier so rausnehmen. Ihr seht, das ist dann hier quasi, wo der Gurt jetzt aktuell aufgewickelt ist. Ähm, hier würde ich einfach vorschlagen, ihr seid wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil hier diese Feder, ihr seht es schon, da ist ordentlich Power drauf, oder? Wenn ich das jetzt hier so ganz leicht nur so hab, da könnt ihr euch ordentlich verletzen. Seid auf jeden Fall hier vorsichtig, wenn ihr das auseinander nehmt. Ich hab jetzt hier quasi die Schraube, äh, einfach hier gelöst einmal und hab das hier vorsichtig abgenommen, damit die Spannung hier, weil das dreht sich dann einmal ganz schnell, seid ihr wirklich vorsichtig. Die Spannung geht davon einmal komplett weg. Ihr könnt es auch so festhalten und dann einfach so hier entfernen, das sollte auch funktionieren. Aber, äh, wie gesagt, seid da sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ähm, und ja, äh, das alte Ding, das brauche ich jetzt nicht mehr. Kommt jetzt hier erstmal hinten auf die Seite, ähm, kann jetzt den Gurt hier einmal komplett rausziehen. Und das Schöne ist, wir haben jetzt hier schon diesen Schlitz drin, ja, den wir hier drin bauen. Das heißt, ich muss jetzt den Schlitz hier noch nicht mal, äh, äh, erneut machen. So, und hier ist jetzt ganz wichtig, hier müsst ihr jetzt einfach nachmessen, wie lang euer Gurt hier eben noch ist, weil er darf von hier an nur noch 20 cm, äh, weiter nach unten gehen. Und da muss dann hier dieser Schlitz drin sein. Das Schöne ist, hier ist der Schlitz schon direkt drin. Das heißt, äh, ja, wir messen mal ganz kurz nach, wie viele Zentimeter haben wir hier. Äh, äh, ja, wir haben jetzt hier knapp 30 cm, also das ist auch noch okay. Ähm, da muss ich dann nur noch mal gucken, wir haben jetzt knapp 30 cm, äh, es ist 10 cm mehr, aber ich denke mal, das sollte trotzdem funktionieren. Und da können wir uns jetzt einfach das Ding hier nehmen, ähm, und jetzt müsst ihr folgendermaßen vorgehen. Hier hinten, seht ihr das, hier ist so eine rote Klammer drin. Die rote Klammer, die könnt ihr einfach mal so entfernen, ne, zieht ihr euch so raus. Und, ähm, diese rote Klammer, die könnt ihr dann hier hinten reinstecken gleich. Also, ne, erstmal, beziehungsweise doch, machen wir es erstmal so, ne, die stecken wir jetzt hier erstmal rein hier hinten. Also hier hinten, seht ihr das? Hier ist nochmal so ein extra Ding, wo man die rote Klammer reinstecken kann. Und dann könnt ihr hier so draufdrücken, ja, das ist wie so ein Knopf dann. Drückt ihr einmal drauf und wenn ihr das gedrückt, wenn ihr so hier macht, dann funktioniert das nicht. Aber wenn ihr das gedrückt haltet, dann könnt ihr dieses Ding hier hinten, dieses Rad, könnt ihr dann bewegen. Und jetzt ist wichtig, seht ihr diesen kleinen Knüppel hier drin, diesen Knüppel, der muss so zu euch zeigen, dass ihr den sehen könnt, dass ihr hier drauf, dass ihr hier drauf gut was auffädeln könnt, ne. Das heißt, hier gedrückt halten an der Seite und dann könnt ihr das hier so bewegen, dass ihr, ne, dass ihr hier das so habt, dass ihr es sehen könnt. Dann könnt ihr das hier einmal wieder loslassen, könnt ihr erstmal zur Seite wieder legen. Und, äh, genau. Dann ist jetzt als nächstes wichtig, dass ihr euren Gurt nehmt, dass ihr guckt, dass er gerade ist. Und dann, ähm, so kommt das Ding am Ende hin, ne. Das heißt, hier oben das, wo diese Rolle ist, oh, ne. So, das hier oben, wo das, wo die Rolle ist, das ist, äh, oben. Das heißt, hier kommt am Ende der Gurt raus. Ihr führt den Gurt über diese Rolle und dann hier unten rein, ne. Seht ihr? Über die Rolle und dann unten unter der Rolle rein. Wenn ihr das dann jetzt einmal umdreht, dann seht ihr, wenn ich das jetzt hier ein bisschen reinschiebe, seht ihr das? Da kommt der Gurt einmal raus, ne. Da haben wir dann den Gurt. Und dieser Gurt hat ja jetzt hier diesen Schnitt drin, ne. Wenn ihr den jetzt noch nicht drin habt, dann einfach, ne, so einmal umklappen, hier den Schnitt reinmachen. Entweder mit einer Schere oder, wie gesagt, mit einer kleinen Zange, wie ich das vorhatte. Aber der Schnitt ist ja jetzt hier schon wunderbar drin, ne, einfach dann hier einmal so reinschneiden, sodass hier quasi so ein Ritz drin ist. So, dieser Ritz, den könnt ihr jetzt wunderbar hier drinnen auf diesem Pönöpel auffedern. Ich mach das mal ganz kurz. Ihr könnt auch übrigens, während ihr das so auffädelt, hier hinten ruhig so ein bisschen dran ziehen, ne. Also quasi hier dran einmal so ziehen und hier hinten gleichzeitig auffädeln. Weil dann merkt ihr, dass dieser Haken, ich glaub, das sieht man jetzt ganz gut hier, dieser Haken sich dann da genau drauf setzt. Seht ihr das? Der ist hier genau, der hat sich genau jetzt hier so davor gehalten, dass dieser Haken den Gurt jetzt innen drin festhält. Das ist das, was wir erreichen wollen. So, jetzt als nächstes schiebt ihr dieses rote Ding hier oben nochmal hier rein, ne, weil wir müssen jetzt nochmal hier diesen Knopf drücken und mindestens eine Umdrehung, mindestens eine Umdrehung, also ihr könnt auch ruhig ein bisschen mehr machen, mindestens eine Umdrehung quasi hier den Gurt schon mal aufwickeln. Das heißt, einmal gedrückt halten und dann hier einfach das so bewegen, dass hier schon mal ein bisschen aufgewickelt wird. Schaut, dass es auch straff aufgewickelt wird, nicht so lasch, ne, einfach drücken und dann ein bisschen aufwickeln. Ich denke mal, so sollte das reichen. So haben wir jetzt, ich glaub, so ein, zwei Wicklungen hab ich mal so drauf gemacht. Jetzt ziehe ich das hier nochmal straff und gucke auch, ob wirklich festhält. Hält auf jeden Fall fest. Und dann können wir dieses rote Ding einfach hier vorne wieder reintun, wo es auch quasi vorher war, weil hier ist sozusagen die Parkposition, also da, da ist das Ding quasi einfach so, ne, damit ihr es als Werkzeug immer hier mit drin habt. Als nächstes, äh, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es, ach genau, hier hinten. Als nächstes müsst ihr hier diese kleine Klappe, diese kleine Plastikabdeckung, die muss einmal hier drauf gesetzt werden. Dafür einfach das, wo das breite Teil, ne, weil wir haben ja einmal hier unten zwei kleine Penöpel und einen breiten Penöpel hier. Das breite kommt hier oben rein und dann könnt ihr das einfach hier so dran machen. Eigentlich relativ easy. So, wenn wir das dann dran haben und das hier an der Seite wieder drin steckt, dann könnt ihr das Ding jetzt erstmal schon mal dort rein positionieren. Machen wir mal ganz kurz. Einfach so rein schieben. So. Dann sitzt das hier schon mal und, äh, den Stecker hier, den könnt ihr jetzt auch schon in die Steckdose stecken. Das mache ich gerade mal. Wenn ihr das dann jetzt reingesteckt habt in die Steckdose, also ihr könnt halt gucken, ich habe es jetzt erstmal in die Steckdose reingesteckt, äh, aber es macht natürlich Sinn eigentlich erst das hier festzuschrauben. Und das machen wir gerade nochmal. Äh, dafür nehmen wir die mitgelieferten Schrauben am besten. Äh, hat einfach den Grund, weil, wenn ihr jetzt mal schaut, die Schrauben, die jetzt hier vorher drin waren, ja, das sind die Schrauben, die jetzt vorher drin waren. Und das ist jetzt die Schraube, die jetzt hier mitgeliefert wurde. Ihr seht, dass die mitgelieferte etwas länger ist. Und das hat auch natürlich einen Grund, weil wir sehen natürlich hier von der Dicke, das ist schon ein bisschen dicker. Deswegen nehmt auf jeden Fall die mitgelieferten Schrauben. So, jetzt muss ich nur noch einmal gucken, wo waren jetzt hier bei mir die Löcher? Okay, so, äh, weil ich gucke natürlich, dass ich jetzt möglichst die gleichen Löcher wieder finde, wie die davor. So, und wenn ihr jetzt hier beide Schrauben fest habt, sowohl oben als auch unten, dann könnt ihr hier unten, gibt es so eine kleine Abdeckung von Schellenberg, die könnt ihr hier einfach so drüber stülpen und dann so nach oben ziehen. Und, äh, dann ist das hier fest und dann sieht man hier die untere Schraube schon mal nicht. Die obere wird man auch nicht sehen, weil hier später der Gurt davor sein wird. Also, äh, müssen wir jetzt nur noch hier das Ganze mal einmal straff ziehen und jetzt drücken wir nach oben. Dann wird hier der Gurt reingezogen, ihr merkt das schon, ne? Also weiter gedrückt halten, so. So. So, jetzt ziehe ich, äh, jetzt ist er hier auf Spannung. So, wenn ihr das dann fertig habt, dann gehe ich jetzt hier erstmal her und, äh, drücke jetzt, halt jetzt hier nach oben gedrückt, damit hier hinter mir der Rollladen einmal komplett nach oben geht. Ne, also hier einfach gedrückt lassen, so lange, bis er komplett oben ist. Dauert, ne? Er macht immer nur so ein kleines Stückchen, einfach immer kurz wieder loslassen und wieder neu drücken. So, noch ein Stückchen. So, jetzt ist er bei mir erstmal ganz oben. So, und jetzt wollen wir quasi die Endposition unten, die wollen wir jetzt erstmal einspeichern. Dafür drücken wir hier beide, also nach oben und nach unten für eine Sekunde. Dann fängt das hier oben in der Mitte an zu blinken und dann haltet ihr nach unten gedrückt und zwar bis das hier 90% etwa erreicht. Also durchgehend gedrückt halten, bis 90%. Das ist hier etwa, dann lasst ihr kurz los und jetzt nur noch in kleinen Schritten weiter runter. Immer nur so ein bisschen, bis er komplett schließt. So, so ist komplett geschlossen. Jetzt wieder beide drücken und dann den unteren nur einmal drücken. Dadurch haben wir das jetzt die geschlossene Position komplett gespeichert. Jetzt wollen wir die geöffnete Position komplett speichern. Dafür auch wieder beide drücken. Dann nach oben gedrückt halten, bis er wieder ganz oben ist. Diesmal geht das dann auch in einem Rutsch, nicht mit kleinen Abständen, sondern in einem Rutsch. Geht er jetzt bis nach ganz oben. Da würde ich euch auch wieder empfehlen, kurz vorher loszulassen. Und dann die letzten paar Stückchen in kleineren Schritten. Nicht, dass das Ding irgendwo im Rolllokasten oben hängt. So, hier stoppe ich. Und jetzt gucke ich in kleineren Schritten. So, und jetzt drücke ich beide wieder. Und dann nochmal nach oben. Damit habe ich jetzt die Position komplett gespeichert. Wir haben jetzt einmal ganz oben gespeichert und ganz unten gespeichert. Jetzt noch einmal zur Demonstration. Jetzt drücke ich den Knopf nach unten und der Rollladen wird komplett schließen, ohne dass ich etwas mache. Einmal kurz gedrückt, losgelassen. Und der geht jetzt komplett nach unten, also schließt jetzt komplett. Wir warten mal ganz kurz. So, ist jetzt einmal komplett geschlossen. Ihr seht, er hat sich die Position gespeichert. Und jetzt öffnen wir einfach nur ganz kurz einmal nach oben drücken. Und das macht er jetzt auch vollkommen automatisch. Ihr seht, ich muss jetzt sonst gar nichts mehr machen. Der zieht jetzt automatisch den gesamten Rollladen nach oben, bis er ganz oben ist halt eben. Hat einwandfrei funktioniert. Genau das ist das, was wir wollten. Und genau das, was ich jetzt hier mit diesem Rollladen gemacht habe, werde ich jetzt noch mit den gesamten anderen Rollläden in der Wohnung machen. Bei einem weiteren Rollladen werde ich euch auch noch mit der Kamera mitnehmen. Und zwar ist das der Rollo 375 Premium. Der ist nämlich für eine Aufputzmontage gedacht, weil nicht jeder von euch hat hier so einen Kasten, wo der Gurtwickler dann drin platziert werden kann. Sondern bei manchen älteren Häusern, so wie dieses hier eins ist, gibt es manche Rollläden, die so einen Rollo-Kasten aufputzt sozusagen haben. Und dafür hat Schellenberg sich auch was einfallen lassen, nämlich den Rollo 375 Premium. Werde ich wie gesagt auch noch ein Video drüber machen, wie ihr den montiert. Ist im Grunde genommen sogar fast noch simpler wie das jetzt hier. Und genau, wenn wir das alles gemacht haben, werden wir uns mit dem nächsten Video dann mit der Smart Friends Box beschäftigen. Wo wir dann diese gesamten Geräte in diese Smart Friends Box einleeren werden. Und natürlich dann auch mit der Fernbedienung könnt ihr dann auch natürlich noch arbeiten oder mit der Handy-App. Das könnt ihr dann machen, wie ihr möchtet. Wie gesagt, im letzten Video möchte ich mich dann noch mit dem I.O. Broker befassen. Das ist meine persönliche Smart Home Zentrale, die ich hier nutze, um alles miteinander zu verwalten. Schaut euch da gerne mal auf meinem Kanal um. Ich habe ja noch ganz viele andere Videos zum Thema Smart Home auf meinem Kanal gemacht. Und ja, da bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, würde mich drüber freuen. Und ein kostenloses Abo, denn auf YouTube könnt ihr mir ein Abo da lassen. Das ist für euch komplett kostenfrei, müsst ihr keinen Cent für bezahlen. Und wenn ihr zudem noch die Glocke aktiviert, werdet ihr immer über ein neues Video, welches ich auf meinem Kanal produziere, informiert. Und das würde mir weiterhelfen und euch vielleicht ja auch. Genau, wie gesagt, Daumen nach oben. Kommentiert gerne das Video unten einfach. Könnt ihr einen Kommentar reinschreiben, ob euch das Video gefallen hat. Was ihr euch in Zukunft wünscht und und und. Also lasst mir einfach Kommentare da, auch gerne Kritik- und Verbesserungsvorschläge. Und für Fragen verlinke ich euch unten auch nochmal das Forum. Weil ich habe natürlich auch ein Forum, wo ich nochmal ein paar Details hierzu geschrieben habe. Und wo ihr dann auch nochmal diskutieren könnt oder Details besprechen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr im Forum natürlich auch ein paar Bilder posten. Und wenn ihr sagt, okay, so und so sieht das bei mir aus. Würde der Gurtwickler dort funktionieren und und und. Wenn ihr da halt einfach fachspezifische Fragen habt, könnt ihr die dort stellen mit Fotos und und und. Und die Community wird euch dann helfen. Ich bin da auch ab und zu unterwegs, wenn ich dann mal Zeit habe. Weil mein Job ist es für euch, diese Videos hier zu produzieren. Genau, am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen ein preiswertes Smart Home. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.